Meine außergewöhnliche Reaction und zwar auf den Kanal Clever Camel. Die haben ein Video hochgeladen. Warum hassen sich Aserbaidschan und Armenien? Normalerweise würde ich auf solche Videos nicht reagieren, weil es sehr kurz ist. Aber ich glaube, der Kanal ist so gut, dass ich durch meine Reaction ihn ein bisschen pushen kann. Er hat aktuell 23.400 Abonnenten. Ich habe ja 12.500. Deswegen ist der Kanal ausdrücklich dort unten verlinkt. Da sind so viele gute Kurzvideos drauf. Ich kann jedes Video empfehlen. Aber auf das Spezielle werde ich eingehen und dann seht ihr allgemein, das ist einfach richtig, richtig gut. Die haben viel mehr Zuschauer verdient, viel mehr Abonnenten. Also an alle 12.500, die bei mir Follower sind und die anderen 12.500, die noch nicht abonniert haben, abonniert bei mir und geht rüber zu dem Kanal. Und lasst auch dort ein Abo da und wir schauen rein. Warum hassen sich Aserbaidschan und Armenien? In der Ukraine ist aktuell ein weiterer Konfliktherd wieder aufgeflammt. Die ewigen Rivalen Armenien und Aserbaidschan bekämpfen sich wieder, wobei sich beide Seiten gegenseitig die Schuld zuweisen. Armenien beschuldigt Aserbaidschan, grundlos Orte des eigenen Territoriums beschossen zu haben. Aserbaidschan rechtfertigte die erneuten Angriffe mit weitreichenden Provokationen. Genau, also das hier ist Aserbaidschan. Das hier ist auch Aserbaidschan, problematisch mit Bergkarabach, der Konflikt. Hier Georgien, Türkei, Iran. ...Vokationen Armeniens. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die beiden Länder Krieg führen. Ein erstmaliger Konflikt zwischen beiden Seiten brach bereits vor über 100 Jahren aus. Seit dem Ende der Sowjetunion wurde er dabei sogar noch schlimmer. Und erst vor zwei Jahren kam es wieder zu einer großen Auseinandersetzung zwischen beiden Staaten. Auch wenn damals ein... ...unterstützt durch Erdogan, den türkischen Diktator, weil in der Türkei ein unglaublicher Hass auf Armenier besteht. Es gab hier den Genozid an den Armeniern, Pontusgriechen, Aramean, wo 1,5 Millionen Menschen, vielleicht sogar 3 Millionen ermordet wurden. Und Armenier ist ein Schimpfwort in der Türkei. Aufgrund der rassistischen Grundhaltung. Wenn ein bröckliger Waffenstillstand ausgehandelt werden konnte, scheinen die Abgründe zwischen beiden Seiten zu tief für einen dauerhaften Frieden zu sein. Wir schauen uns deshalb an, warum sich beide Staaten so sehr hassen, wie sich der Konflikt zwischen beiden Staaten über die Jahrzehnte entwickelt hat und warum der Konflikt genau jetzt wieder aufflammt. Der Ursprung des Konflikts liegt in der Geografie beider Länder. Es geht dabei vor allem um das Gebiet Bergkarabach, welches zu großem Teil von Armenien bewohnt wird, welches sich aber weitgehend in aserbaidschanischem Territorium befindet. Bereits 1918, als beide Staaten erstmals unabhängig wurden, brach der erste Konflikt um die Region aus. Nach einer blutigen Auseinandersetzung kam es zu einem provisorischen Friedensvertrag, in dem das Gebiet Aserbaidschan zugesprochen wurde. Allerdings sollten die Armenier dort weitgehende Autonomie erhalten. Ja, aber das haben sie halt nicht bekommen. Und dazu muss man auch sagen, gerade dieser Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und der Bergkarabach-Konflikt war der erste moderne Drohnenkrieg, den wir erlebt haben. Das ist in der Öffentlichkeit auch nicht so wahrgenommen worden. Also autonome Drohnen, teils auch AI-Gesteuerte, also künstliche Intelligenz, hochgefährlich. Darüber habe ich gerade ein Essay geschrieben für die Uni. Kann ich vielleicht die Tage mal veröffentlichen. Ganz, ganz gefährlich. Und dort hat unter anderem die Türkei auch ihre Kampfdrohne erprobt an den Zivilisten, also indem sie Armenier beschossen haben. Und das war ihr Beta-Test für ihre Kampfdrohne. Sehr, sehr ekelhaft. Was natürlich extrem schwer ist, eine Vereinigung Armeniens. Hier, das hier ist Armenien und hier haben sie noch nicht mal eine Verbindung zu diesem Kern, das ist das Kernbergkarabach-Gebiet. Und hier, das hier ist auch Aserbaidschan. Das ist also geografisch ein riesiges Problem, ein riesiges Problem. Und man hat hier schon Interesse von der Türkei, da direkt einfach diesen ganzen Bereich zu bekommen, weil man ja die Armenier eher als minderwertig ansieht. Turkmenistan ist übrigens auf der anderen Seite des Kaspischen Meeres dann. Es brach ein Krieg um die Region aus, der ca. 30.000 Opfer forderte. Erst in einem Waffenstillstand 1994 erlangte Armenien dann die Kontrolle über einen Großteil des von der Republik Berkarabach beanspruchten Gebiets sowie eine Pufferzone zu Aserbaidschan. Der Waffenstillstand war aber weiterhin brüchig und die Unabhängigkeit von Berkarabach wurde auch international nicht anerkannt. Genau, da haben wir den Korridor. Aber das ist halt auch extrem schwer, das auch gerade völkerrechtlich richtig einzustufen. Natürlich haben wir im Völkerrecht einen Grundsatz und das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Vor dem Hintergrund muss man sagen, dass Bergkarabach Unabhängigkeit beanspruchen kann und sich zu Armenien bekennen kann. Das will natürlich Aserbaidschan nicht. Aber im Völkerrecht gibt es dafür eine Grundlage. Ganz einfach. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das steht über allem. Anschließend wieder Kämpfe um die Region ausbrachen. Aserbaidschan besteht dabei bis heute auf die Rückgabe Bergkarabachs und Armenien auf die Unabhängigkeit der Region. Alle internationalen Vermittlungsversuche schlugen dabei fehl, weshalb der Konflikt einen erneuten Höhepunkt im Sommer 2020 erreichte. Dieses Mal konnte Aserbaidschan die Oberhand gewinnen und... Ja, mithilfe der türkischen Armee muss man sagen. Die konnten es nur aufgrund der türkischen Kampfdrohnen und des hauptsächlichen Drohnenkriegs. Sonst hätte Aserbaidschan keine Chance gehabt. Innerhalb von sechs Wochen einen Großteil von Bergkarabach zurückerobern. Das war aber besonders durch die starke militärische Unterstützung durch die Türkei möglich, die Aserbaidschan mit Drohnen und moderner militärischer Ausrüstung unterstützte. Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass es sich im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien ebenfalls um einen Stellvertreterkrieg zwischen der Türkei und Russland handelt. Ja, weil Armenien hauptsächlich von Russland unterstützt wird. Das ist tatsächlich so. Aber einen wirklichen Stellvertreterkrieg, das ist schwer zu sagen, ob das so ist. Denn die Türkei geht eigentlich nicht in solche Stellvertreterkriege rein, weil sie ja gerade im Bereich der Ukraine einen regen Handelsbereich hat mit Russland und in Nordsyrien ein riesiges Interesse hat. Natürlich unterstützt die Türkei sogenannte syrische Rebellen, also Al-Qaida, die wiederum gegen russische Einheiten, die den syrischen Diktator Bashar al-Assad unterstützen, bekämpfen. Gleichzeitig holt aber Erdogan die Genehmigung Putins ein, um Teile Nordsyriens zu okkupieren, unter anderem mit diesen Al-Qaida-Truppen und ISIS-nahen Truppen, zum Beispiel Afrin. Der Einmarsch in Afrin war nur mit Genehmigung Russlands möglich, weil die Lufthoheit russisch ist. Also sehr, sehr komplex. Von einem offenen Stellvertreterkrieg will ich dann überhaupt nicht sprechen. Wir sind hier nicht im Jemen mit Iran und Saudi-Arabien. Es ist vielleicht ein Indirekter mit diversen geopolitischen Interessenskonflikten und auch nicht mal auf Basis der NATO. Wodurch die Gesamtsituation nochmal weiter verschärft wird. Die Türkei gilt dabei besonders aufgrund der kulturellen Nähe schon immer als enger Verbündete Aserbaidschans, wohingegen Russland als Schutzmacht Armeniens auftritt. Ja, aufgrund der Christen dort und der orthodoxen Kirche. 2020 wurde so unter Vermittlung Russlands ein Waffenstillstand zwischen beiden Ländern verhandelt, in dem ein Teil Berg Karabachs an Aserbaidschan abgetreten wurde. Im Gegenzug aber 2000 russische Soldaten zur Überwachung des Waffenstillstands in der Region stationiert wurden. Ja, aber jetzt natürlich, jetzt ist wichtig, deswegen flammt es wieder auf. Russland hat ein Riesenproblem in der Ukraine. Dort verlieren sie, werden vernichtend geschlagen und können sich daher als Schutzmacht Armeniens nicht wirklich engagieren. Und die Chance sieht dann Aserbaidschan und ist deswegen teils in Armenien einmarschiert. Also wirklich auf regulären armenischen Grund. Es kam trotzdem in der Folge immer wieder zu Grenzkonflikten und beide Seiten sehen sich nicht wirklich an den Waffenstillstand gebunden. Es gab dabei im April 2022 nochmal Friedensgespräche unter Vermittlung der EU, die doch protestierten daraufhin zahlreiche Menschen in Armenien, da sie zu große Zugeständnisse an Aserbaidschan fürchteten und ihrem Präsidenten den Ausverkauf Bergkarabachs vorwarfen. Im Gegenzug drängte Aserbaidschan aber auf die Untrennbarkeit der Region vom eigenen Territorium. Und so scheiterten letztendlich auch diese Friedensverhandlungen. Der Hass auf den jeweiligen Feind scheint sich dabei über Generationen so tief in das Verständnis der Armenier und Aserbaidschaner gebrannt zu haben, dass es unmöglich scheint, dass in naher Zukunft eine Seite der anderen Zugeständnisse machen wird. So brachen nun vor einigen Tagen Wiederkämpfe aus, wobei dieses Mal keine Ziele in Bergkarabach beschossen wurden, sondern Dörfer im direkten armenischen Kernland. Das ist das Problem. Es gab direkte Angriffe auf Armenien wegen der Schwäche Russlands. Und natürlich sagen einige, wie zum Beispiel hier im Chat, Biber 999, aber Bergkarabach liegt doch geografisch gesehen in Aserbaidschan. Aserbaidschanisches Eigentum. Das ist so, aber das Selbstbestimmungsrecht der Völker sagt, was anderes völkerrechtlich. Man kann nicht einfach Völker komplett vernichten und sagen, ja gut, das ist ja das Eigentum, dann darf ich die jetzt alle totschlagen. Wir sind ja nicht hier im Irak unter Saddam Hussein, wo einfach mal Khalapsha mit Giftgas leergefegt wird. Ist halt so. Gut, mit den Drohnen, das kommt schon fast ähnlich ran. Das Armeniens Schutzmacht Russland aktuell ja große Kapazitäten in der Ukraine aufreibt und die Lage dort ja zudem sehr schlecht aussieht, ist Aserbaidschan, welches weiterhin militärisch stark von der Türkei unterstützt wird, klar im Vorteil und scheint das Momentum zu nutzen. Dabei ist es aber sehr schwierig vorherzusagen, wie sich die Lage weiterhin entwickeln wird. Am Mittwochabend wurde zwar vorerst eine Feuerpause vereinbart, es ist aber wie immer in diesem Konflikt sehr fraglich, wie lange dieses Mal die Waffen ruhen werden. Und damit hoffe ich, dass ich euch das Thema ein bisschen näher bringen konnte. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass der Konflikt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion neu entfacht wurde. Falls ihr euch jetzt fragt, warum die Sowjetunion damals überhaupt zusammengebrochen ist. Ja, das ist ein gutes, kurzes Video. Ich habe ja, glaube ich, jetzt noch ein paar Details dazu erklärt. Es sind wirklich gute vier Minuten, die den Konflikt ganz gut zeigen. Deswegen lasst gerne bei mir ein Like da und abonniert natürlich auch meinen Kanal. Aber geht zu Clever Camel und lasst bei dem auf jeden Fall ein Abo da. Lohnt sich. Der ganze YouTube-Kanal, ich zeige es euch mal. Gehen wir mal hier drauf auf die Videos. Ja, einfach wirklich sehr, sehr gute Videos. Längste Krieg der Geschichte. Das ist auch ganz interessant mit kleinen britischen Inseln und den Niederlanden. Kauf von Mallorca, wusste ich auch nicht. Teilung Irlands. Also wirklich immer so vier Minuten, maximal fünf. Und die erklären das sehr, sehr sachlich, sehr, sehr gut. Deswegen lasst dort auf jeden Fall ein Abo bei Clever Camel. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.